ja leute herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen video auf meinem wunderschönen erstkanal heute gibt es eine neue runde browsers heute pushen wir Miko auf Rang 25 meiner meinung nach wahrscheinlich der OPste Brawler gerade im game der macht so unglaublich viel damage dabei Sledgerry mein gott so knapp hab ein 8er Bau auseinander genommen jetzt verfolgt mich ein 8er Miko ja komm Miko und mich reingesprungen ist das dumm easy lieben wir ich soll einfach in der Ecke bleiben krissen mein Herz tut weh komm doch her geht doch danke Jari mein Plan ist aufgegangen perfekt Junge er musste nur einmal springen er hat's gemacht dass du zwar stirbst war nicht auf dem Plan aber es hat so geklappt wie ich wollte ok ein Schott auf der Fresse bekommen würde ich sagen Das ist nicht Philipp Das war ja die letzte mal auch nicht so Bro Kannst du bitte treffen Bro ich bin noch nicht E-Sportler Er sagt bitte treffen Bro er stand in dir Da kannst du auch mal treffen Also was erwarte ich von einem E-Sportler Jerry Wir haben es Ich bin noch der Cody Der den letzten Kill macht Sag ich nein Stimmt nicht Stimmt auch nicht Stimmt nicht Ich hab gekurriert Ich sag mal Der der am meisten Kill Hat doch nicht gestorben Das hat gekurriert Halt doch mal die Fresse Und damit 9-0 Haben wir jetzt geschafft Ah stimmt Easy Gut Leute Dann würde ich sagen Wir haben das ganze Ding gut gerockt Mit Ledgerry Ledgerry ist ein Durchzieher Ein Macher Ich würde mich sehr freuen Das sind wahrscheinlich unten verlinkt Wenn das alles so hinklappt Wenn er es vorher hochlägt Ähm dann würde ich sagen War es mit diesem Video Ich hoffe es euch gefallen Das ist gerne ein Like und Abo Buren Söhne Ciaoído Untertitelung des ZDF, 2020